Emotionen pur in Magdeburg. Es war ein aufregendes Spiel, ein nervenzerreißendes. Ein wirklich packender Auftakt in diese dritte Liga. Bittere Enttäuschung und ausgelassene Freude. Ich durfte auch schon in vielen großen Stadionspielen und auch vor guter Stimmung, aber das war unfassbar. Wahnsinn, was die Zuschauer hier für einen Alarm gemacht haben. Ich glaube, dass wir einen sehr würdigen Rahmen zum Auftakt hier gesehen haben von einer tollen Kulisse. Und aus unserer Sicht natürlich mit dem falschen Ergebnis. Wir haben gesagt, wir wollen die Leute glücklich machen. Die sollen nach Hause gehen mit einem Lächeln und sollen das Wochenende genießen. Und so geht's los. Ausverkauftes Stadion am Heinz-Krügel-Platz in Magdeburg. 23.000 Zuschauer feiern diesen Drittliga-Auftakt zwischen Magdeburg und Erfurt. Man spürt förmlich, wie sehr sie hier dürsten nach Profifußball. 25 Jahre warten hat ein Ende. Die Choreo zeigt nochmal die Anzeigetafel aus dem alten Grubestadion. Das ist zum Glück Geschichte. Magdeburg in Blau hier beim Einwurf lässt sich in dieses Spiel tragen von der tollen Kulisse. Und dann haben sie die erste dicke Chance. Sowieslo und Hebisch. Nochmal der weite Einwurf von Butzen. Das haben sie einstudiert. Back verlängert. Und dann Sowieslo und Nikolas Hebisch. Gut reagiert von Clevin im Erfurter Kasten. Eine Viertelstunde war da gespielt. Dann Erfurt. In der Vorbereitung hatten sie Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 besiegt. Sie sind gefährlich. Vor allem wenn sie ihr schnelles Umschaltspiel aufziehen. Und wenn Tyrala hier der Kapitän hinzu kommt. Immer da wo es brennt. Und Carsten Kamloth gefoult im 16er. Die Erfurter Bank. Christian Preusser. Alle gehen von einem Elfmeter aus. Und dann die Enttäuschung auch bei Torwarttrainer René Twazic. Patrick Ittrich entscheidet auf Abseits. Und er hat recht. Knifflig aber Kamloth steht mit dem Oberkörper tatsächlich im Abseits. Einwurf Magdeburg. Erfurt geht früh rauf auf den Ball. Im Schwarm stellen sie hier Beck. Das ist der Plan. Die Philosophie von Trainer Christian Preusser. Schnell umschalten. Mans auf Piegel. Einer der Neuen in der Anfangsformation. Und der sieht Carsten Kamloth. Das war gefährlich. Kamloth entschuldigt sich da sofort. Hat da Glinker ein schmerzendes Andenken verpasst über der rechten Augenbraue. Dafür sieht Kamloth natürlich gelb. Und Glinker, der hat Glück gehabt. Wird da abgetupft und kann weiterspielen. Gute halbe Stunde rum. Handke gegen Aydin. Schiedsrichter Ittrich sagt faul. Wir schauen nach. Wird da leicht berührt. Aber den will er natürlich haben, der Okan Aydin. Guter Fußballer. Aber auch ein Schlitzohr hat da eine gefährliche Freistoßposition herausgeholt. Und genau darum ging es ihm ja. Eichmeyer hat sich die Kugel vor die Füße gelegt. Und da ist die Führung. Rot-Weiß Erfurt wirft den Federhandschuh in diese ausverkaufte Magdeburger Arena. Torschütze Mario Erb. Und den feiern sie natürlich. Ist ja auch eine tolle Geschichte. Macht sein erstes Spiel für Rot-Weiß. Und gleich ein Tor. Klasse getreten. Der Ball auch von Eichmeyer. Und dann laufen sie da mit drei, vier Spielern ein. Die Erfurter. Ganz, ganz schwer zu verteidigen. Das war es dann auch zur Halbzeit. 1 zu 0. Zufriedene Gesichter bei Rot-Weiß. Zeit für unseren Reporter Guido Schäfer. Den haben wir dahin geschickt, wo was los ist und wo es weh tut. Ja, es geht rund in der besten dritten Liga der Welt. Ich habe hier ein paar Magdeburger da. Und ich nehme mal stark davon aus, dass sie wissen, wer heute gewinnt. Männer, wer gewinnt heute? FCN! Ein bisschen lauter. Komm jetzt, Männer! FCN! Wenn ihr mal einen schönen Schlag drauf macht. Wir gehen schon. Oh, oh. Nur ein paar Erfurter-Fans mögen uns nicht. Wir wurden mit Bier bespritzt. Aber okay. Jungs, trinkt das Zeug doch lieber. Oder gebt es uns so in die Hand. Dann trinken wir es. Wer hier ist, das ist ja wohl völlig klar. Sie kennen ihn. Achim Streich, die Legende. Oh, da war ich noch ein bisschen jünger, ne? Sie haben jetzt auch wieder so ein bisschen eine Glanzzeit angebrochen. Das freut Sie als alten Magdeburger. Ja, wenn man merkt, was hier für eine Euphorie herrscht jetzt auf den Start der dritten Liga. Wir haben ja auch lange genug, oder die Fans haben lange genug darauf gewartet. Und man sieht eine riesen Begeisterung. Eigentlich täglich wird man angesprochen. Lili, wer gewinnt heute? FCN! Und wer schießt ein Tor? Kennst du einen Spieler? Ja, sie kennen keinen Spieler, aber sie liebt den FCN. Dankeschön! Ja. Rein in die zweite Hälfte. Mit großer Magdeburger Hoffnung. Da kam so eine jetzt erst recht Stimmung auf. Die hatten sich nicht abgeschrieben. Dafür, sagt Trainer Jens Hertel, haben wir die letzte Saison zu viel erlebt. Und da ist der Jens Hertel, der 46-jährige aus Rochlitz in Sachsen. Und dann gibt es Ecke. Hebisch. Und der Ausgleich. 60 Minuten gespielt. Wer hat es gemacht? Christian Beck. Ausgerechnet geboren in Erfurt, hat da in der Jugend und in der U19 gespielt. Und hier schenkt der Magdeburg neue Hoffnung. Aber muss man den nicht auf dem Zettel haben? Top-Torschütze der vergangenen Saison. Kopfball-Urgewalt. Alles bekannt. Ja, muss man! Sein Schatten Andre Laurito, der mit der 6, der hatte das bislang gut gemacht. Kommt aber hier den berühmten Schritt zu spät. Das ist die Magdeburger Bank. Sportdirektor Mario Kalnig. Und hier nochmal die Reaktion auf Erfurter Seite. Christian Preußers, sauer. Verständlich. Ausgerechnet Beck. Den haben sie 60 Minuten im Griff. Und dann einmal nicht aufgepasst. So, Erfurt kommt nochmal. Die spielen hier auf Sieg und nicht auf Halten. Löhmannsröben. Drischt den Ball einfach mal weg. Und dann dieser geniale Ball von Laurito. Vielleicht nicht so gedacht, aber der passte Kamlott mit der dicken Chance zur Führung. Magdeburg ist da weit aufgerückt. Auch die lieben ja dieses aggressive und schnelle Ballerobern. Kopfball Rasek. Auf Fuchs. Lars Fuchs. Gibt's denn das? Der Oldie mit 33, der Älteste auf dem Platz. Und dann hat er die Kraft und die Coolness in der 90. noch so einzulochen. Was für ein Tor. Die meisten schieben den Ball ins lange Eck. Aber nicht Fuchs. Mit links. Rechts nach oben. Keine Chance für Clevin. Magdeburg rockt diesen Drittliga-Auftakt. Und Fuchs, der hat Zweitliga-Erfahrung. Fast 400 Pflichtspiele. Aber das hier, das geht auch ihm so richtig nahe. Und dann endet diese klasse Partie in einer blau-weißen Magdeburger Party. Und auf der anderen Seite mit bitter, bitter enttäuschten Erfurter Gästen. Ja, wir haben das zweite Tor einfach nicht gemacht. Wir hatten in der ersten Halbzeit noch zwei sehr gute Chancen gehabt. Kontermöglichkeiten. Auch dann am Ende der Chippie halt nochmal Kamlott. Wo er es 2-1 machen kann. Uns war schon klar, dass Magdeburg dann in der zweiten Halbzeit nochmal sehr, sehr leidenschaftlich spielen wird. Unheimlich viel mit langen Bällen auch agieren wird. Und wir haben es dann leider nicht mehr ganz so konsequent verteidigt. Und wir haben leider es versäumt, das zweite Tor zu machen. Die Mannschaft hat dann in der zweiten Halbzeit das Gesicht gezeigt, was wir vom letzten Jahr kennen. Mutiger, engagierter, leidenschaftlicher. Wir sind jetzt vielleicht nicht die besten Einzelspieler. Aber als Mannschaft muss man uns erstmal schlagen. Und das hat man, glaube ich, heute auch wieder gesehen. Wir sind eine geile Truppe. Und das merkt man einfach. Die erste Siegerfreude dieser neuen Drittligasaison. Und wenn es auch nur für die Statistik ist, das ist auch der erste Tabellenführer.